Schnäppchenjäger aufgepasst! Der SK Rapid startet am 1. März seinen großen Fanartikel-Abverkauf. Im Fanshop in Hütteldorf und im Onlineshop des Rekordmeisters wird es, solange der Vorrat reicht, unwiderstehliche Angebote für Grün-Weiße geben. Darüber hinaus mit der kostenlosen SK Rapid Cashback Card erhält man auf die Fanartikel noch einmal 3% Cashback und Shopping Points. Ähnliche Einkaufsvorteile bieten übrigens weltweit mehr als 54.000 Lioness-Partner-Unternehmen. Darunter der Friseursalon Jean in der Prager Straße in Floridsdorf. Dort fand am Dienstag eine besondere Autogrammstunde statt, nämlich mit Abwehrchef Mario Sonnleitner und Torhüter Jan Novutter, der nach seinem Sehnenriss in der Schulter frühestens Mitte März wieder ins Teamtraining einsteigen könnte. Ich bin schon sehr weit, aber ich trainiere lieber noch eine Woche länger alleine mit Mundi, wie dann ein bisschen früher zu anfangen und etwas schlecht zu machen.